Wir haben noch ein bisschen etwas vom Fobiano, vom 16er Anlager. Das ist der beste Wein vom Haus. Sie gehen immer relativ spät raus. Der 16er war ein super Jahr, braucht aber ein bisschen länger, wie sie gedacht haben. Ein sehr schönes Bouquet und ein nobler, distingierter Geschmack. Auch er ist noch etwas jugendlich, kann also durchaus noch einmal ein, zwei Jahre liegen bleiben. Bereitet aber jetzt schon sehr Freude, wenn man jetzt einen kräftigen Stück Fleisch nimmt.